Alle Maschinen sind unterschiedlich. Darum ist es wichtig, vor der Verwendung einer Arbeitsbühne die spezifische Betriebsanleitung zu lesen. Diese Prüfung sollte durch einen geschulten Bediener durchgeführt werden, der in die Arbeitsbühne eingewiesen wurde oder Zeit für eine Selbsteinweisung hatte. Beachten Sie die technische Anleitung zur Einweisung der IPAV und wenden Sie sich an die verantwortliche Person Ihres Arbeitgebers. Der Bediener muss entsprechend der Gefahrenanalyse und oder spezifische Einsatzanforderungen gekleidet sein. Dazu gehört unter Umständen das Tragen eines Helms, geeignete Arbeitsschuhe, Handschuhe, Schutzbrille und so weiter. Sofern in der Gefahrenanalyse nicht anders bestimmt, ist das Tragen eines Sicherheitsgeschirrs auf Senkrecht-Arbeitsbühnen normalerweise nicht notwendig. Mehr Informationen enthält die technische Anleitung zur PSA gegen Absturz auf www.ipath.org. Wählen Sie einen sicheren Standort zur Durchführung der Überprüfung vor dem Start, in sicherer Entfernung zu Personen, beweglicher Maschinen und Fahrzeuge sowie frei von hochliegenden Hindernissen oder Stromleitungen. Vor Arbeitsbeginn ist sicherzustellen, dass nur Arbeitsbühnen mit gültigem Inspektionsnachweis, UVV-Abnahme, eingesetzt werden. Überprüfen Sie die Arbeitsbühne in logisch aufeinanderfolgenden Schritten. Es gibt hilfreiche Kontrolllisten und nützliche Anweisungen in der Betriebsanleitung der Hub-Arbeitsbühne. Mit abgesenkter Plattform und im Uhrzeigersinn von der Bodensteuerung aus beginnend unterziehen Sie die Maschine einer Sichtprüfung. Achten Sie auf Schäden, Risse, Lecks, beschädigte oder fehlende Teile, übermäßige Abnutzung und den Zustand der Aufkleber. Bei Elektromaschinen zuerst das Ladekabel abziehen. Prüfen Sie, dass die Maschine sich nicht ohne Schlüssel starten lässt. Dies kann zum Beispiel über eine Funktionskontrolle des Schlüsselschalters erfolgen, wobei weitere Steuerungselemente mit dem Schlüssel in Ausstellung oder herausgezogenem Notstoppschalter nicht funktionsfähig sein dürfen. Entfernen Sie den Schlüssel wieder, bevor Sie die Überprüfung fortsetzen. Überprüfen Sie den Boden unter der Arbeitsbühne auf Ölspuren. Dies ist oft ein erstes Indiz für eine mögliche Störung. Überprüfen Sie die Reifen und denken Sie daran, dass sich bei manchen Vollgummireifen oder schaumgefüllten Reifen gegenüber dem Ventil ein Schraubenkopf befindet. Prüfen Sie bei luftgefüllten Reifen den Reifendruck. Achten Sie auf Einschnitte, Risse, freiliegendes Gewebe und Schäden an Lauffläche und Mantel des Reifens. Achten Sie auf gerissene oder beschädigte Felgen. Überprüfen Sie die Sicherheit der Räder, indem Sie lose, beschädigte oder fehlende Muttern oder Halterungen ausschließen. Die Flächen rings um die Radnarbe müssen trocken sein. Achten Sie auf lose oder verbogene Bauteile, Bolzen und Halterungen. Prüfen Sie auch, dass die Stufen unbeschädigt und sauber sind. Überprüfen Sie die Aufkleber und das Typenschild auf wichtige Informationen und Warnhinweise. Inspezieren Sie das Schlaglochschutzsystem auf Fremdkörper und den Schlaglochschutzbügel auf Schäden. Vergewissern Sie sich, dass Verriegelungen und Angeln beim Öffnen ordnungsgemäß funktionieren bzw. sicher schließen. Überprüfen Sie, ob sich im Tank genug Treibstoff für den Arbeitstag befindet. Überprüfen Sie den Hydraulikölstand. Die Senkrechtbühne muss vollständig eingefahren sein. Inspizieren Sie die Hydraulikblöcke auf Lecks. Achten Sie auf lose, beschädigte oder freiliegende Kabel. Achten Sie auf beschädigte oder undichte Schlauchleitungen. Stecken Sie den Schlüssel ein, wenden Sie sich der Bodensteuerung zu und ziehen Sie den Stoppschalter heraus. Überprüfen Sie den Neigungswinkelsensor auf freie Beweglichkeit und korrekte Funktion. Ziehen Sie dann den Schlüssel wieder ab und betätigen Sie den Stoppschalter. Prüfen Sie, dass keine Leitungen oder Kabel lose sind oder so verlaufen, dass sie im Scherenpaket eingeklemmt werden könnten. Achten Sie auf undichte, durchgeriebene oder schadhafte Schlauchleitungen. Wiederholen Sie dies später am Chassis im Bereich des Hauptzylinders. Prüfen Sie die Scherenelemente und Schweißnähte auf Risse, Schäden und Ausrichtung. Überprüfen Sie Gelenkzapfen und Verschlüsse. Prüfen Sie den Verschleißschutz auf übermäßige Abnutzung oder fehlende Teile. Die Handläufe der Plattform lassen sich für den Transport oder für niedrige Durchfahrten herunterklappen. Darum ist es wichtig, alle Bolzen, Schrauben und Befestigungen sorgfältig zu prüfen. Die Plattform muss unbeschädigt sein und darf keine Risse an den Schweißnähten aufweisen. Prüfen Sie, dass die Aufkleber sauber und lesbar sind und bestätigen Sie dabei die maximale Tragfähigkeit, zulässige Personenzahl und Windgeschwindigkeit. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Zugangsöffnungen nach innen öffnen lassen und dass die Zugangsöffnung sicher verschließbar ist und nicht im offenen Zustand befestigt wurde. Prüfen Sie, ob im Dokumentenhalter ein Betriebshandbuch oder eine Betriebsanleitung vorhanden ist und schlagen Sie darin nach Bedarf nach. Überprüfen Sie den Bereich der Räder wie zuvor. Überprüfen Sie das Chassis wie zuvor. Führen Sie die entsprechenden Überprüfungen durch, je nachdem, ob Sie eine Hubarbeitsbühne mit Diesel-, Elektro- oder Gasmotor bzw. Dual-Fuhlmotor verwenden. Überprüfen Sie Kühlflüssigkeitsstand und Kühlschläuche. Eine Überprüfung der Batterie ist unerlässlich. Hierzu ist das Tragen geeigneter Schutzkleidung PSA erforderlich. Beim Überprüfen von Bleisäurebatterien darauf achten, die Batterie von der Maschine zu trennen, falls möglich, sowie alle Deckel der Batterien in einer gut belüfteten Umgebung abzunehmen, damit sich etwaige Gase verflüchtigen können. Dann den Elektrolytstand prüfen und gegebenenfalls auffüllen, nach Anweisung des Herstellers. Deckel schließen, sicheren Sitz der Batterie kontrollieren und auf lose Kabel oder Korrosion achten. Dann Batterie wieder anschließen und Wartungsfach schließen. Achten Sie auf beschädigte oder undichte Schlauchleitungen und Kabel. Vergewissern Sie sich, dass Verriegelungen und Angeln beim Öffnen ordnungsgemäß funktionieren bzw. sicher schließen. Die Beschriftung der Steuerung muss für jede Steuerfunktion klar und deutlich lesbar sein. Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn auf Stellung Bodensteuerung. Führen Sie erneut eine Sichtprüfung auf Hindernisse und Personen durch. Starten Sie den Motor, fahren Sie das Scherenpaket gerade so weit aus, um die Sicherheitsstütze aufzurichten. Fahren Sie das Scherenpaket mit der Notablasssteuerung wieder ein wenig ein, bis es auf der Stütze ruht. Prüfen Sie jetzt, ob der Notstopp funktioniert. Belassen Sie den Notstopp aktiviert und prüfen Sie Schlauchleitungen, Dichtungsringe, Bolzen und Arretierungen, Grenzschalter, Schrauben und Schweißnähte auf Undichtigkeiten bzw. Schäden. Greifen Sie nicht in das Scherenpaket, wenn die Scherensicherung nicht aktiviert ist. Überprüfen Sie auch den Zustand der Puffer. Wenn alles in Ordnung ist, Scherenpaket leicht ausfahren und Sicherheitsstütze entfernen. Senken Sie das Scherenpaket ab und wenden Sie sich wieder der Funktionsprüfung der Bodensteuerung zu. Führen Sie erneut eine Sichtprüfung auf Hindernisse und Personen durch. Starten Sie den Motor der Arbeitsbühne erneut und überprüfen Sie alle weiteren Bodensteuerungsfunktionen. Dann Motor stoppen, Notstopp-Knopf herausziehen und Schlüssel der Steuerung an der Plattform drehen, bevor Sie mit der Funktionsprüfung der Steuerung an der Plattform beginnen. Beim Betreten der Plattform stets mindestens drei Kontaktpunkte bewahren. Zwei Hände, ein Fuß bzw. zwei Füße, eine Hand. Prüfen Sie, dass die Plattformverlängerung vollständig bewegbar und frei von Fremdkörpern ist, sowie in den vorgesehenen Abständen einrastet. Die Beschriftung der Steuerung muss für jede Steuerfunktion klar und deutlich lesbar sein. Überprüfen Sie, dass der Motor nicht startet, wenn der Stoppschalter eingeschaltet ist. Dann den Motor starten. Prüfen Sie, dass der Totmannschalter funktioniert. Dieser wird entweder mit dem Fuß oder mit der Hand betätigt. Überprüfen Sie die Fahrfunktionen, vorwärts und rückwärts, die Lenkung links und rechts und die Bremsen bei kurzen Fahrmanövern. Die Maschine sollte mit abgesenktem Scherenpaket schnell fahren können. Um das Schlaglochschutzsystem zu testen, legen Sie ein Hindernis, zum Beispiel ein Stück Holz, unter eine der Schutzbügel. Steigen Sie auf die Plattform und fahren Sie die Arbeitsbühne auf ca. 1,80 Meter aus. Überprüfen Sie, dass die Fahrfunktion gesperrt ist und wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite. Achten Sie auf hochliegende Hindernisse und fahren Sie die Plattform aus, um die reduzierte Fahrtgeschwindigkeit bei angehobener Plattform zu prüfen. Stoppen Sie den Motor und überprüfen Sie die Notsteuerung bzw. das Notablasssystem. Starten Sie den Motor danach erneut und überprüfen Sie etwaige weitere Plattformfunktionen. Dabei stets vor einer Bewegung in die vorgesehene Bewegungsrichtung blicken. Fahren Sie die Scherenbühne nun nach Herstellervorgaben auf ein Testgefälle und prüfen Sie die korrekte Funktion der Pendelachsen und dass alle Räder stets Bodenkontakt behalten. Bei Maschinen ohne Pendelachsen dient dieser Schritt dazu, zu testen, ob der Neigungssensor reagiert und ein Ausfahren des Scherenpakets verhindert. Nach erfolgreichem Test die Arbeitsbühne auf festem, ebenem Untergrund abstellen. Nach abgeschlossener Sicht- und Funktionsprüfung sollte die Arbeitsbühne sicher verwendet werden können. Vergessen Sie nicht, Ihre Prüfung zu dokumentieren. Bei spezifischen Fragen zur Maschine stets die Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. Bei festgestellten Störungen Maschine stoppen, stilllegen, kennzeichnen und an einen Vorgesetzten melden.